Liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem Ingolstädter Smalltalk Spezial. Wir sind heute live hier in der Eventhalle auf der Bühne und neben mir haben wir die Birgit auf der linken Seite von euch und den David, die beiden Betreiber der Eventhalle. Wir haben uns nett unterhalten und ich habe hier auch schon von der letzten Singleparty oder 90er oder 80er noch Konfettis, die fliegen von der Decke runter. Wie sehr mögt ihr eigentlich die Veranstaltungen von mir? Sehr. Also jetzt würde man ganz viel darum geben, dass wir wieder zwei Tage hintereinander 90er und dann Singleparty am besten. Aber nur im Notfall, gell? Nur im Notfall, nein, überhaupt nicht. Erzählt mal, was macht ihr, wenn eine Veranstaltung ist? Wenn eine Veranstaltung ist? Ja. Wir sperren auf und wenn alles vorbei ist, dann sperren wir wieder zu. Und in der Zeit während der Veranstaltung? Es kommt natürlich darauf an, was für eine Veranstaltung. Also für Konzerten fangen wir meistens sehr zeitig in der Früh an und bereiten alles vor für die Musiker, richten das Catering her, damit sie sich wohl schmieren. Wann geht es normalerweise los und wie viel Uhr startet so ein Tag für euch? Das kann auch mal in der Früh um sieben sein. Ah, okay. Oder noch früher, ja. Also in der Früh um sieben für Veranstaltungen, die abends um acht Uhr beginnen? Genau. Ja, da kommt dann irgendwie um neun der Nightliner, wo dann die drin schlafen. Das heißt, wir müssen um acht irgendwie wirklich dann die Wurstsemmel schmieren oder die kalten Lacken halt machen. Und dann kommen die um neun und duschen und wackeln so schön langsam aus ihren Kojen. Und dann ist man so ein bisschen der Aufpasser für die Band halt, die halt da irgendwie mit ihren ganzen Musikern rauskommen. Und dann irgendwie der eine braucht dann Batterien, der eine braucht irgendwie, was weiß ich, frische Socken oder irgendwie. Kaffee, Handtücher. Habt ihr hier hinten Socken deponiert oder gehst du die dann schnell kaufen im Westpark zum Beispiel? Ne, wir haben tatsächlich auf Rydern öfter Socken draufstehen. Okay. Das ist dann immer so weiße Socken, weiße Tennissocken. Sind das primär die Amis, die sowas fordern oder sind das doch auch hier ganz normal die Europäer? Das war einmal eine Ami-Band, Circle to Circle, Ex-Sabotage, das ist eher sowas für die eingefleischten Rocker, und Dimple Mainz. Ah, okay. Das ist so eine alte deutsche Punk-Band. Blau auf dem Bauch. Blau auf dem Bauch. Da ist das Motto klar. Und die haben immer weiße Socken draufstehen, ja. Okay. Genau. Was war das skurrilste, was mal draufstand? Auf einem Rider. Na gut, ohne Namen zu nennen, irgendwie skurril ist das nicht mehr, aber ganz oft Drogen. Ja. Ah, okay. Da steht dann dort ein Corona-Likör? Ja. Okay. Ja, quasi. Genau. Und dann halt, keine Ahnung, Postkarten von der jeweiligen Stadt. Ach, auch cool. Was war noch draufgestanden? Magnum-Flaschen, Mue, oder Fiji-Wasser. Fiji-Wasser. Also eigentlich nichts Dramatisches, aber die Rider werden immer länger. Ja. Ja. Und ja, natürlich mittlerweile wollen auch ganz viele nur noch Bio. Das ist auch schön, das kann ich auch voll verstehen, aber es ist halt einfach, das geht dann nach oben mit dem Preis. Ja, das ist halt einfach so. Also die wollen sich alle schon verwöhnen lassen. Und ich bin dann manchmal so die Mama, die dann, ja, die hat die Mama ersetzt. Sprecht ihr euch ab, ob ihr dann alles zur Verfügung stellt oder redet ihr mit der Agentur und sagt dann, Leute, das können wir jetzt nicht unbedingt, also sprich, koks jetzt geradeaus. Ich habe nur Ecstasy. Nee, wir stehen dann wirklich so im Supermarkt nebeneinander und dann so, erfüllen wir das jetzt oder erfüllen wir es nicht, aber meistens ist sie dann wirklich die, die sagt so, komm, jetzt machen wir noch eine Schippe drauf. Fiji-Wasser geht klar. Ja, ja, klar. Okay. Also ist auch gut so, weil unterm Strich ist halt wirklich so, je wohler die sich fühlen, desto chilliger sind sie dann und vergessen vielleicht auch mal eine technische Panne oder irgendwie sowas. Welche Künstler hattet ihr denn schon am Start, bevor sie so richtig groß wurden? Von wegen Lisbeth. Parkway Drive. Parkway Drive auch. Alligator war gerade so am Abheben und hat dann eigentlich nur noch Arenen gespielt nach der Tour. War der ausverkauft, wo er hier war? Der war ausverkauft, ja. Okay. Ja. Noch jemand, der euch einfällt? Christina Stürmer, haben wir schon gesagt. Ja. Aber gut, die war schon groß, also die hat da wirklich eine kleine Club-Tour gespielt und wir waren halt der kleinste Laden, aber die Läden, die Ladengrößen waren sonst so bei 1500. Ja, okay. Also da waren wir so. Wo ist bei euch Stopp? Ab welcher Personenzahl? 800. Okay. Mehr dürfen hier nicht rein. Ja. Genau. Crow war einmal im Marquis. Genau. Crow war im Marquis aber nur der DJ? Nein, nein, das war er selber. Er selber. Ich war aber da, ja. Bevor der dann auch richtig groß war. Das war aber vor dem großen Heiber. Ja, natürlich, genau. Spekuliert man öfter drauf, einen Künstler als erster zu haben? Ja, schon. Und wie wählt ihr die Künstler aus? Also wie ist die Aufgabenteilung eigentlich bei euch? Ja, gut, wir bringen beide unseren Geschmack mit ein, oder? Kann man das so sagen? Ja. Und ja, das Booking macht eigentlich hauptsächlich der David, aber ich auch mit, aber nicht so aktiv, weil er ist einfach der Profi. Macht er das schon? Wie lange machst du das jetzt? 20 Jahre lang nicht? 99. Ja, genau. Aber sie hat ein super Händchen. Ich muss gleich einen eingrätschen. Also bei Von Wegen Liesbeth und bei Faber zum Beispiel, das war, Von Wegen Liesbeth war 2018 oder 19 und Faber war 2018, glaube ich, ist auch egal. Also da war am Anfang überhaupt nicht klar, ob das wirklich gut läuft und so und wir haben immer so rumgekrebst bei 100 Karten, 200 Karten und dann ist das irgendwann, ist das doch die Decke und dann waren das zwei ausverkaufte Konzerte, wo ich gesagt hätte, ich buche die niemals. Also spinnst du so quasi so, das ist aber dann durch die Decke. Sehr gut. Und der gegenteilige Fall, wo du gesagt hast, der reißt die Hütte ab. Und dann... Hat er schon öfter, gell? Überleg mal. Na gut, bleiben wir mal irgendwie bei zum Beispiel Heinz Strunk, das ist auch so ein, der ist eigentlich mega bekannt und schreibt, hat x Bücher geschrieben. Heute Show, oder? Heute Show. Ja, ist viel im Fernsehen und da hat man beide gedacht, dass da wirklich Minimum 200 Leute kommen und dann waren es halt am Ende, weiß ich nicht, 70, ja. Ja, okay. Hätte den Oliver Welke mit dabei gehabt, hätte es funktioniert. Wen? Den Oliver Welke. Das ist der Moderator bei der Heute Show. Ja, 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 aber es ist tatsächlich so, Tour ausverkauft bis auf Ingolstadt. So, ist das hin und wieder, gell? So, ist das hin und wieder, gell? Weißt du ja selber noch, damals die Ärzte. Ja, Fanta 4 und die Ärzte. Ja, Fanta 4 und die Ärzte. Verschieben in den Herbst, beziehungsweise in 2021, wie stressig ist sowas? Ja gut, es war von Anfang an nicht wirklich klar, bis wann wir verschieben sollen. Ist immer mit klar. Und jetzt haben wir halt quasi alles bis zum September abgesagt und alles quasi in den Herbst reingeschoben, aber es ist halt jetzt schon absehbar, dass es wahrscheinlich länger gehen wird, deshalb, wir haben jetzt gerade September und gucken eigentlich schon jetzt nach 2021, wie da die freien Termine sind. Wir haben ja auch schon Termine festgelegt für die 90er, für die 80er, für die Single-Party im Frühjahr 2021, könnten wir es mal für den Herbst auch gleich machen, oder? 2021, man weiß ja nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wir wissen es halt einfach alle nicht. Und vielleicht passiert noch ein Wunder und dann findet es doch ab September statt, aber... Wir hatten es doch letztens gezählt, bisher haben wir wie viele Veranstaltungen, 30 Veranstaltungen verschoben und 12 komplett abgesagt. Ach okay, weil die Künstler nicht mehr können, oder weil die Tournee nicht mehr ergibt. Genau, auch die aus dem Ausland oder es gibt einfach Veranstaltungen, die kannst du nicht wiederholen. Also eine Semester-Anfangsfeier kannst du nicht wiederholen. Das ist halt einfach so, zum Beispiel. Die schiebst du dann halt in 2021, aber da können halt auch viele noch nicht sagen, passt es da oder nicht. Also klar, es wird gerade eigentlich alles gespiegelt auf 2021 geschoben, so bei den ganzen größeren Touren. Wir sind auf jeden Fall guter Hoffnung, dass ab Herbst wieder hier gespielt werden darf. Was sind die Highlights? Viele. Viele. Was haben wir denn alles jetzt überlegt? Gut, also wir haben natürlich im September, das findet jetzt nicht hier statt, aber das Live im Tilli, das wäre quasi unser erstes Live-Debüt gewesen oder Festival-Debüt gewesen mit Meute, Stahlzeit, Heinling, Tiss Ullmann und Selig. Okay. Das werden wir leider verschieben müssen und das werden wir auf 2021 schieben. Deshalb, das ist schon mal ein Highlight. Ansonsten so die üblichen Sachen, Fiddler, Screen, Doro, 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 Pesch. Ja, Doro, ganz viel Kabarett-Sachen, Wolfgang Krebs kommt wieder. Kurz, kurz, unter uns. Die Doro war ja auch mal im Orakel. Und die war auch bei der Rock for Asia-Geschichte, glaube ich. Die war auf jeden Fall auch im Festland. Und da hat die immer ein Sauerstoffgerät verlangt, damit sie nach dem Auftritt Sauerstoff nehmen kann. Ist das immer noch so? Ja. Unter uns nur. Ich hatte das damals im Orakel auch gemacht. Da ist sie. Ja, aber ich habe mit dem Interview gewartet mit ihr und habe warten müssen, bis sie eben zu Ende ist. Wozu braucht die das? Also sie gibt ja zwei Stunden Vollgas. Wirklich, wo du denkst, also ich könnte es nicht. Also keine Frage, ist bestimmt extrem anstrengend, zwei Stunden Vollgas zu geben, gar keine Frage. Inklusive Headbangen und sie singt ja wie, also sie singt ja wahnsinnig gut. Und es klingt teilweise wirklich wie, oder es klingt wie auf einer Platte. Und ich denke, die verausgabt sich einfach total. Und sie ist natürlich auch nicht mehr die Jüngste. Wie alt ist sie jetzt? Das weiß kein Mensch. Also das Alter ist so, das wird so geheim gehalten. Aber die, klar, die gibt natürlich alles und ist völlig für ihre Fans da. Und danach ja auch mal. Also die schminkt sich nachher, nach der Show ab. Dann schminkt sie sich noch mal für das Meet & Greet dann mit dem Publikum. Und die ist da. Und ganz in Liebe. Ganz in Liebe. Die ist Backstage wahnsinnig, oder? Ja, und nur so groß. Also ganz klein und es ist wirklich sehr herzlich, ja. All we are. Ja. Mit Warlock zusammen damals. Ich kenne mich da voll aus, oder? Kleine Musik, ja. Kein Rock im Park heuer, gell? Mal so anmerken. Ja. Wir weinen. Unser Stamm-Event und unsere Eröffnung der Sommersaison. Schöne Grüße an den Veranstalter. Das Programm hier in der Eventhalle ist ja meistens Pop-Rock-lastig. Wie schaut es mit deutschem Hip-Hop aus? Machen wir nicht mehr. Haben wir ja auch gehabt, aber machen wir nicht mehr. Nee, oder nur noch, wenn wir müssen. Warum? Nein, Moment, es gibt deutschen Hip-Hop und es gibt ja diesen, was ist das dann? Gangster-Rap, oder? Asi-Hip-Hop. Asi-Hip-Hop, ja. Also Fanta 4 würden wir gerne machen, oder? Ja, natürlich. Ja, beständig. Es gibt ganz, ganz tollen deutschen Hip-Hop. Also wirklich, gibt es auch aktuelles Fatoni-Wahnsinn. Wir wollten sogar Patsche machen. Patsche wollten wir sogar machen. Und haben wir den Preis erfahren. Ja, genau. Nein, aber wir haben hier einfach schon unsere Erfahrungen. Erfahrungen gemacht. Und nee, das machen wir nicht mehr. So bestimmte Genre, das musst du nicht haben. Ja, Techno ist auch schwierig. Ja, K1 und so. Das hat einfach nicht funktioniert. Das Publikum ist seltsam. Und du hast, ist leider so, du hast wenig Bauumsatz. Also du musst wirklich viel machen, dass ich es rechne. Schindy ist ja nicht allein gekommen, wie viel ich weiß. Der ist ja, keine Ahnung, mit einem Bus und 30 Mann und alle freien Eintritte. Das war skurril, ja. Und Drogen und keine Ahnung. Ja, die sind ja aufgeschlagen und das hat sie wirklich, also das hat sie angefühlt wie in einem schlechten Film. Die sind da gestanden in Reihe mit ihren Zigaretten, haben geraucht wie aus einem schlechten Western. Auf der Bühne während dem Auftritt. Auf der Bühne. Und der hatte irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Bodyguards dabei. Das reicht nicht. Die alle so waren. Das reicht nicht. Und es war ganz, sehr einschüchternd auch, gerade für die Mädels. Und ja, es war einfach nur skurril. Wieso gerade für die Mädels? Naja, hinter der Bar und so. Also die sind ja da, die wollten dann Getränke haben und haben sich also nichts sagen lassen, dass man da erst fragen muss oder dass sie einen eigenen Kühlschrank haben im Backstage. Sondern die sind halt da hin und haben sich das Zeug quasi raus. Also uns gehört die Welt, oder? Ja, genau. Und es war skurril, ja. Das trifft es am ehesten. Ja, da standen vor der Tür drei große, ich weiß gar nicht, wie nennt man das? AMG, Mercedes? Also große, Autos, keine Ahnung, ich bin raus. Drei riesige. AMG, das sind diese hohen Teile da oder so, so wichtig machen Autos. Nee, das waren riesige Kisten. AMG, was ist AMG? Ich kenne AEG. Mit irgendwelchen Tuning-Firma. Eine Tuning-Firma. Okay. Nee, die fettesten Benze halt, die es so gab und dann sind die da raus, Tür geht auf und zwei Bodyguards voran und der Schindi selber wurde nur hinten nachgedrückt. Also der hatte wirklich die Hand drauf, die haben den durch die Tür geschoben und in den Backstage-Raum rein und dann war das halt, also es ist so rübergekommen, als hätte er gar nichts zu sagen. Ah, okay. Das Management und die anderen haben was zu sagen. Genau, es wird ja unter der Fuchtel stehen, so von den Chefs da und dann waren natürlich irgendwie, drei Viertel waren natürlich vom, wie heißt der Clan, Abu Chaka-Clan. Jetzt wird es gefährlich, jetzt kommt hier diese... Ja, da haben wir dann nachher gegoogelt und haben wirklich so zwei, drei Gesichter gefunden. Auch der eine, der dann wohl irgendwann im Knast gelandet ist, ist komisch. Es war nur komisch. Wen würdet ihr gerne mal auf der Bühne hier live on stage haben? Fett Toni. Fett Toni. Hat nicht geklappt? Besucht schon? Haben wir bisher noch nicht so die Fühler ausgestreckt, aber wird vielleicht. Schauen wir mal. Okay. Und wen würdet ihr noch gerne hier auf der Bühne sehen? Ach Gott, das sind so viele. Es reicht einer. Ja, das war schon klar. Überleg einmal. Da muss ich sich vorbereiten. Nö. Wenn es zu schwer ist, mir einen zu nennen, nenn mir zwei. Nein, ich nenne dir eine. Die Tori Amos. Stell dir das mal vor. Wir sind beide große Fans von Tori Amos. Okay. Die würden wir gerne dann natürlich woanders machen, aber Tori Amos wäre so... Großes Ding und von mir noch Reinhard May. Ist das auch schwer zu bekommen? Ich war da mal eine Zeit lang dran, ja. Das ist ganz schwer, weil der ganz... Der spielt immer in den gleichen Läden. Das macht... Also der macht selber sein Booking, verkauft die Tickets nur über seinen Shop. Und der lässt sich da auch gar nichts sagen. Also der hat seine eingefleischten Läden, wo er einfach spielt. Also für die, die ihn nicht kennen, so über den Wolken, oder? Ja. Ist von ihm zum Beispiel. Das ist das bekannteste für uns Poleten. Der hat schönere Songs, aber ganz toll. Ich feiere den total. Und wir haben ihn ja gesehen, hier in unser erstes Konzert von hinten war das. Also wir haben ihn nur von hinten gesehen, weil im Zirkus Corona war quasi, es war halt alles vor- und ausverkauft. Und du hockst dann quasi wirklich hinter ihm. Und dann hat er sich aber wirklich nach der Hälfte des Konzerts umgedreht und hat die zweite Hälfte quasi andersrum gespielt. Also total nett. Und ich mag den einfach von vorn bis hinten. Gibt es die ein oder andere lustige Anekdote aus den letzten Jahren? Nein, also natürlich wurden die Backstage-Räume auch gerne mal für das eine oder andere Schäferstündchen benutzt. Haben wir festgestellt. Aber die sind ja nicht abschließbar. Nee, aber die waren da, also es war eine Band, die war zweimal hier und das ist zweimal passiert. Also die waren da völlig sportlich. Die haben dann irgendwie so, können wir zumachen? Ja, dauert noch zehn Minuten, glaube ich, haben es dann gesagt. Und dann haben die halt noch gemacht und wir haben halt danach dann erst zugesperrt. Aber es ist wirklich zweimal passiert. Also die haben irgendwie 2016 gespielt, 2018. War das ein normaler Gast, der mit denen unterwegs war? Ein Fan, ja, keine Ahnung. Die haben da in jeder Stadt ihre Leute. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es wirklich zweimal passiert und es war zweimal lustig. Okay. Habt ihr noch eine Anekdote zum Schluss? Ja, es wurde auch schon in die Küche eingebrochen, Zitronen geklaut und Tequila. Ja, also der ist dann wirklich in die Küche gegangen und hat dann halt da den Schnaps gefunden und da ein bisschen was getrunken. Und der Auftritt war dann legendär, weil wir haben einen riesigen Donaukurierbericht gekriegt, ganz viele Anfragen nach Ticketrückgaben und so, weil der auf der Bühne halt dann einfach nicht mehr ganz fit war. Kann passieren. Kann passieren, ja. Und das liegt auch nicht in eurer Macht. Nein, das hat keiner mitgekriegt. Ja, in eurer Macht liegt es auch nicht, dass es jetzt zurzeit ziemlich ruhig ist hier. Aber wir werden die Zeit überbrücken. Den ein oder anderen Smalltalk gibt es hier live aus der Eventhalle. Ja. Hoffentlich, ja. Ja, hoffentlich, genau. Und wann das kündigen wir an. Nächste Woche gibt es gleich den ersten Künstler. Ich verrate noch nicht wer, aber das solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Das war es für heute. Herzlichen Dank euch beiden, dass ich bei euch sein durfte. Gerne. Und euch eine gute, gute Zeit. Bis bald. Ciao. 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 Vielen Dank.